Ja, ja, moin moin und Meddel, meine lieben Freunde. Vielleicht habt ihr erst mitbekommen, dass Rainer wieder in einem Hotel war und dort auch wohl wieder gegangen wurde. Nachdem öffentlich wurde, in welchem Ferienhaus er war, wurde er gebeten, das jetzt wieder zu verlassen. Und dann hat er auch, so wie ich das mitbekommen habe, sein Geld auch, glaube ich, wiederbekommen, was er gezahlt hat für diese Wohnung. Also ein Vorgang, der sich in letzter Zeit ja schon öfters mal wiederholt hat. Leider meinen dann noch immer einige Leute, dass diese Ferienhäuser oder Hotels dann mit schlechten Bewertungen überhäuft werden müssen oder halt mit Telefon-Terror überzogen werden, wenn reiner Standort halt da mal geleakt wird. Daher wollte ich einmal dieses kurze Video dazu machen und euch mal bitte dazu auffordern, das nicht zu machen. Ich habe es ja jetzt schon letztens mehrfach gesagt, ich bin jetzt kein Oberhater oder sonst was im Game, der Leuten irgendwas vorschreiben könnte. Aber vielleicht sind meine Zuschauer ja Leute dabei, die sowas halt witzig finden oder auch selber machen. Und denen sei bitte gesagt, macht das nicht. Die Hotels können echt nichts dafür und sind jetzt bezüglich Inflation und so weiter. Da habe ich übrigens letztens auch nochmal ein Video auf meinem Ofi und die Weltkanal dazu gemacht, falls euch das mal interessiert. Halt wirklich schon arg gebeutelt. Gerade jetzt nach dieser langen Zeit aufgrund von der Pandemie, wo sie nicht öffnen konnten und so weiter. Und daher gibt es von meiner Seite halt auch kein Verständnis dafür, dass man jetzt diese Hotels oder Ferienhäuser versucht noch schlechter zu machen. Wo die halt gerade wirklich dabei sind, ums Überleben zu kämpfen. Auch der Besitzer hat sich jetzt mal zu Wort gemeldet und hat einen Beitrag verfasst. Und den lese ich euch auch einmal vor aus diesem Statement, auch mit dem des Kommentarschreibers, auf den der Besitzer dann reagiert hat. Zitat, leider nur vier Sterne, trotz super Unterkunft. Aber ein Straftäter, ein gewaltausübender Oger bei sich aufzunehmen, eher weniger cool. Man sollte sich über seine Gäste doch erkundigen. Zitat vom Inhaber, kein Ofenkäse mehr in den Ferienwohnungen. Leute, die Käseöfen sind ausgebaut. Der Duschstuhl entsorgt, hier ist ogerfreie Zone. Ihr habt das Game gewonnen. Bitte seid so gut und löscht eure Bewertungen und schreibt keine neuen mehr. Lasst bitte auch den Telefon-Terror. Das Game ist für uns als Gastgeber existenzbedrohend, für unsere Mitarbeiter eine extreme psychische Belastung. Also, raus mit den Bewertungen, Ruhe am Telefon. Bitte. Danke, Feuerverständnis, Meddle-Leute. Zitat Ende. Und genau das ist halt das, was ich meine. Das Hotel soll sich erkundigen, wer ins Hotel darf und wer nicht. Soll jeder Gast nun ein polizeiliches Führungszeugnis abgeben? Die werden ja reiner sicher nicht umsonst irgendwo haben wohnen lassen. Daher war es für die halt ein ganz normales Geschäft und keine Wohltat gegenüber reiner. Und ich bin halt der Meinung, dann sollte man das Hotel auch auf keinen Fall dafür bluten lassen. Und die Antwort vom Inhaber fand ich auch noch ziemlich gelungen, obwohl ich es als Angriff gegen mich schon gesehen habe, wenn er am Anfang schreibt, kein Ofenkäse mehr in den Ferienwohnungen. Ich glaube, ich muss da mal zum Gerichtshof für Menschenrechte, denn solche Aussagen gehen halt voll gegen mich. Nein, aber mal Spaß beiseite. Er macht das halt vollkommen richtig, denn es ist kein Übliches mit dem Anwalt drohen, wie das Hotels halt sonst so machen, sondern er versucht im Drachengamesprech halt auf die Leute einzugehen und zu erklären, wie wichtig es denen ist, dass die das sein lassen. Und ich denke, da sollte man sich auch dran halten. Dem Unternehmen halt keine schlechten Bewertungen reindrücken oder die am Telefon zu nerven. So, das war mir aber wichtig, das loszuwerden, damit ich vielleicht den einen oder anderen erreiche und der das in Zukunft halt nicht mehr macht. In diesem Sinne sage ich erstmal danke fürs Zuschauen und medal auf, meine Freunde.